Willkommen zurück bei Grounded und ich musste wirklich schon die Festung vor dem Kampf reparieren, weil hier dauernd irgendwelche wilden Insekten ankommen, die meinen, was kaputt machen zu müssen. So, alles was hier ist, kann man mit Frische angreifen und ich würde sagen, nach dem Intro gehe ich diesen Mix eher an. Wir waren die ZDF-Klomofe. Sie haben die ZDF-Klomofe. Reißen nicht über normale Ameisen an, unglaublich. Hier kommt jetzt alles hin, was hier nicht hingehört, oder wie? Hier kommt alles hin. 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 ich bin schon sehr peinfach, nächstes mal nehme ich echt die Keule wieder. Ich glaube die Keule ist doch besser als der Speer, oder? Soll es doch besser als der Speer, oder? Oh Gott, ich bin fast tot. Oh ne, komm schon, das ist die Zangruhe. Das einzig Gute ist, dass diese... So, das einzig Gute war, dass die Ameisen hier wirklich den Weg verstopft haben. Oh Mann, das war echt knapp. Oh Mann, das war echt knapp. Und jetzt gucken wir mal, wie schlimm es hier wirklich war. Die Tür ist kurz vor der Zerstörung gewesen. Okay, das Reparieren braucht wirklich Energie. Oh Gott. Okay, aber wenn ich mir das angucke, wie heftig ich hier reparieren muss, ist das klar, dass ich bei dem anderen Kampf nicht hinterher gekommen bin. Okay. 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 Jetzt kommt aber so ein bisschen der Ordnungsfanatiker durch. Auch wenn man die Basis hier nicht mehr braucht, möchte man trotzdem alles repariert haben. Okay. 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 Das bestärkt mich aber in der Ansicht, ich muss unten mit Doppelwänden arbeiten. Weil sie eine Wand vor die Wand bauen, ne? Ja. Ich könnte ein Billy-Hawk aufbauen. Ich könnte ein Billy-Hawk aufbauen. Jetzt? So, aber wie gesagt, ein Mixer. Weniger auf der To-Do-Liste. So, aber wie gesagt, ein Mixer. So, aber wie gesagt, ohne die Asse hätte ich das hier echt nicht überstanden. So, aber wie gesagt, ein Mixer. So, aber wie gesagt, ein Mixer. So, aber wie gesagt, ein Mixer. So. Jetzt buche ich mir nochmal so ein Wespennest. Da ist es. Okay, die Wespen stehen nicht aufsalzig. Alles klar. So. 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 fliegendes Insekt mit einem Pfeil aus über 30 Zentimetern Entfernung. Schön. Kleine schwarze Witwe, wo? Warum schwarze Witwe? Okay, warum reifen die Insekten alle nicht an gerade? Okay, ich habe Fespenpapier gefunden. Alles sieht gut aus hier. Alles sieht gut aus hier. Ihr wollt ja doch nicht ernsthaft sagen, dass hier unten auch noch eine schwarze Witwe irgendwo ist. Füllen wir mal auf. Herstellen Felspelz. Spatenausstoß, Verkoche 3, Lebensmittelkommendrang 3, hisse das Banner vom Börgel auf dem Sandboden. Definitiv Ausdauer. Wir haben keine Ahnung wofür ich Papier brauchen sollte. Lampe und Trennwand, naja. So, mein Ziel habe ich immer noch nicht erreicht, na? Die Läuse gar nicht dabei zum Essen, ja super. Huh. Geh. Die Läuse gar nicht dabei sind. Geh. Jenner lernen. Dann machen wir uns halt eben einen neuen Häusenbaden. Stimmt, da brauche ich erst eine Bombe. Ich würde sagen, dann rüsten wir uns erst mal neu aus. Das macht ja jetzt so gerade aktuell keinen Sinn. So, dann erspare ich euch die Fahrt zurück zur Basis und das Absortieren neu ausrüsten. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns einfach hier oben wieder. Also, bis zum nächsten Mal bei Grounded. Tschüss. 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 Tschüss.